Willkommen zurück zu The Forest, mit dem Drake in der Höhle und dem Chaos außerhalb der Höhle. Ja, ich habe mal hier oben noch einen Baum weggehauen, direkt auf der Höhle. Und da hätten sie reinspringen können. Weg mit dem Blödsinn. Gut, also ein kleines bisschen Nahrungsmittel habe ich dann schon mal in der Höhle positioniert. Meine zur Note, dass davor werden sie auch nicht instant kaputt machen. Ich bezweifle das. Achso, halt einen Lagerfalle wollte ich noch planen, in der Höhle. Ah! Der ist reingesprungen. Da oben drauf, nicht. Noch einer reingesprungen. Zwei Steine und drei Äste. Ich komme wieder raus. Ja, ich komme jetzt gerade rein. Ah, okay. Ja. Kommen die hier rein? Tötest du da hinten was? Nö, ich habe Lust, wird er den Typen wegen seinem Geld verprügelt. Wow. Jede Menge Energy Drinks. Äh, hier ist ja noch ein Weg. Hä? Naja. Ne, hä? Ist ein anderer? Ja, aber hier ist extrem viel Wasser. Oh. Da ist, glaube ich, Diving angesagt. Ja. An der Stelle verlaufe ich mich immer. Ah, hier. Huch. Der macht immer das Feuerzeug aus, der Bastard. Erstmal durch ein Schalt gespielt, äh, durch ein Spalt gespielt. Bei mir glitschst du da einfach nur durch. Ja. Feuer ein bisschen anheizen, mir ist es nämlich kalt. Die Boys wieder weg? Erstmal, ja. Die kann tatsächlich von oben rein gejumpt, die Säcke. Weiß nicht, ob wir uns da was überlegen müssen. Ja, vermutlich schon. Götter Turtleshell. Was? Warum denn denn Turtleshell? Achso, weil wir noch eins von den Dingern im Dings angedacht hatten, in dem anderen Lager. Eins von dem Dings im Dingsen? Ja, von diesen Turtles. Was soll die geräten? Ach, wir hatten das da ja nicht reingebaut. Das hatte ich jetzt hier gebaut, ja. Nehmen mal diese Steine, verpisst euch. Baum fällt. Timbar. Timbar. Nicht auf den Kopf und nicht ins Lager, nein. Schön am Lager. Achso, die Drückteiten war ja hier nicht. Mach doch mal die Funzel an. Wie das einfach nur minimal scheppert, wenn er so einen Baum umlegt, ey. Brrrr. Bumms. Katatunga, Katatunga. Meins Kikeriki? Ah. Oh, ich höre einen. Was war das denn für ein Geräusch? Ist mit der nicht richtig? Die interessiert sich offensichtlich für unser krasses Pferd. Oh, da ist ein Rabe reingeflogen. Jetzt kann ich mich nicht mehr hinterstellen. Richtig. Wir heizen nochmal durch hier. Hier war das Beinchen, das hänge ich dann unten. Wow, diese ganzen Beine hier noch. Hallo. Gib mir mal noch einen Kopf. Sie wünschen? Achter denn. Ich will den Kopf mal noch, äh. Den Kopf lasse ich einfach im Feuer liegen, bis da der Schädel rausbrennt, oder? Ja. Okay. Ich will unten noch eine Schädellampe bauen, damit es da bis jetzt ein bisschen hell ist. Sollen wir die Palisade oben auf den Steinen noch bauen? Ja, na das auf jeden Fall. Boah, hat sich aber erschrocken. Ich mich aber auch. Wenn der deine Sicht gesehen, der war vorbei. Ich bin, ich, ja ich blicke halt ein bisschen finster drein. Wo ist denn hier die Defensive Wall? Hier. Will sie nicht? Oh, komm doch her, Schnucki. Ah, oh. Da oben stehen ja auch Leute. Kommen die schon wieder her? Ja. Äh, ich bin hier gerade erst mal fertig mit blauen. Das ruckelt. Ja. Der hängt in unserer Speisekammer, das soll ich mal verpfissen. Mach nicht das direkt kaputt. Ja, ja, ich versuch's. Die, das springt wie ne Dumme. Okay, der ist tot. Ich geh. Ja. Das ist dumm, oder? Ja, schon. Finster. So viele Arme und Beine. Da hinten ist noch jemand. Will er denn hin? Da ist ja noch jemand. So. Huch. Die guckt ein bisschen durch. Aber naja. Alter. Wie die ab geht. Na toll. Ist hier nicht ne Fackel gelaufen, oder hat's kaputt gemacht dabei. Du blöd, Mann. Schöne Fackel. Oh, gulde Leiche. Die Frage ist, wie weit hier oben wollen wir zubauen? Alles. Ach so, ne. Nee, die konnten grad verdammt gut springen, mein ich. Okay. Fangen wir... da so an. So. Oh. Das sollte gehen. 71 Lo... Was? Gell da 71 Locks. Doch schon wieder so viel. Habe ich mich jetzt verletzt bei dem Sprung? Stimmt. Oh, hier liegen es schon. Fertige Schädel. Wie viel davon kann ich denn mitnehmen? Ich hab Hunger. Ich hab irgendwas zu essen dabei. Ne, nicht wirklich. Mit was kann man das kombinieren? Zähne sind's nicht. Noch mehr Stoff geht auch nicht. Öh, auch nicht. Reine Medizin konnte ich herstellen. Deine auch nicht. Da kommt einer, da kommt einer. Nö. Die wollten nur mal gucken. Na. Jetzt. Hier kannst du gucken, zu ihren Kollegen. Auf dem Leichenhaufen. So. Ich hab Hunger. Lecker Beinchen. So, ich geh dann mal... Was hab ich denn dabei? Steine. Bloß ein paar Stickies. Ich brauch mehr Stickies. Hm. Ja, das ist ein Ast. Wie viel Stick sagt er denn? Vier von vier. Na gut, ich will aber drinnen noch eine Lampe fahren. Da reichen vier dann nicht mehr. Den kann ich immer dabei haben. Jetzt hat er die Waffe abgelegt. Ich glaub's aber nicht. Blätter sollte ich dann noch genug haben, weil ich hier... Ach, 378 Blätter. Hier liegen ein Haufen Schädel rum. Ich hab grad schon eins, zwei eingesammelt. Die kannst du mal irgendwo alle ins Lager packen, wenn du da... Huch. ...noch mal welche siehst. Ich geh erst mal rein und baue das Feuer fertig und noch eine Schädellampe und sowas. Ist eigentlich der Schädel im Feuer mal fertig geworden? Ich glaub schon, aber... ...liegt da nicht mehr. Hm. Soll ich zu lange drinnen lassen und verbrannt. Was macht man eigentlich mit Geld? Achso, für Bomben brauchen wir das. Kannst dich ja für zum Feuer nehmen. Musst nicht Blätter nehmen. Achso, weil Geld hab ich auch noch. 13. Okay. Ich such hier grad ne spezielle Falle. Ah, sehr gut. Ja so. Dann... Wackeln mal nicht so. Gucken wir, dass wir uns hier noch ein bisschen um ein Abendsmittel kümmern. Und vielleicht hier oben... ...nochmal um das Schädellampe. Wo ist denn die Schädellampe? Da war sie. Nee, das sieht nicht richtig aus. Zack. Damit ist zumindest hier schon mal ein bisschen helle. Unten planen wir dann auch nochmal eine. Ja so. Ist sie grad in der Höhle? Ja. Ich komm aber grad wieder raus. Ich brauch da noch ein Schädel und 30... Wofür brauchen gerade... Wofür brauchen wir gerade Heads und Arms? Wahrscheinlich noch ein angefangenes Effigy beim alten Lager. Da noch eins angefangen, echt. Hier rum, da rum. Hier vorbei. So rum. Hier rum, la rum, Löffel, Stil. So. Wer viel raucht der... Gar nicht viel? Der Rauchdruck viel. Ne, der Schädel ist irgendwie... Schade. Haben wir immer noch einen Kopf oder so? Warum fällt denn das jetzt ins... Der war... Sehr knapp. Das war so nicht geplant. Guck bitte, wo ich stehe. Oh. Irgendwas kaputt gegangen? Ne. Sieht nicht so aus. Ich guck mir also die Leichen an, weil es auf einmal kommt einer angeflogen. Warum klickst du nicht mal nach links? Was? Wir wissen übrigens beide nicht, woher manchmal dieses Feedback kommt. Was es zumindest mit meinen Aufnahmen gibt. Ist das immer noch da? Ja. Das ist irgendwie meine Stimme. Aber ich höre sie aus... Okay, aus deiner Sicht. Ich verstehe es auch nicht. Weil wir sitzen halt irgendwie in den Raum auseinander. Und so laut kann ich gar nicht machen. Was ist denn jetzt mit dem hier? Kein Sightseeing. Komm her, du Arsch. Und zahl für deine... Jetzt hat er Angst. Den machen wir mit der Sprungkick. Machen wir den fertig. Packen wir dir die Päne ab. Da kannst du gucken, wie du wegkommst. So, ich gebe Päne. Ich könnte mal wieder was dranhängen. Du Nahrungsmittellieferant. Mjam, jam, 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 jam. Kann ich denn eigentlich mit da reinnehmen? Nee, der den fallen lassen, oder? Ich schätze. Ja, okay, er lässt ihn fallen. Das ist ja auch sinnvoll. Ich passe ja kaum alleine durch die Lücke. Da wird er wohl den Arm noch mit durchkriegen. Nein, ich habe den kompletten Typ mit durchnehmen wollen. Du hast ja eine Macke. So, ich brauche sie in seinen Kopf. Nein, nicht seinen Arm. Nicht seinen Arm. Den Kopf will ich haben. Was hat er denn jetzt? Das sieht doch aus wie ihr Kopf. Hast du jetzt den Kopf? Nee, noch nicht. Der hängt noch ein bisschen. 63 Loks. Achso, du brätst da gerade schon den Kopf. Aber irgendwie wird da kein Schädel draus. Noch nicht. Habe ich gerade erst reingelegt. Achso, ich warte jetzt mal hier nicht. Oh, hier liegt einer. Ah, hier lag einer. Okay, den haben die vielleicht aus dem Feuer gekickt, oder so. Ah, das macht Sinn. Damit habe ich den Skull. Ich brauchte aber noch Sticks. Ich habe jetzt hier einen Scheiß Stein eingesammelt, oder was? Okay, noch Sticks. Mann, immer diese Wurfsteine. Ja, genau. Machen einen so sauer. Achtung, Falle. Nicht gesehen, einfach vorbei jetzt sprinten. Hm, die Schildkröten. Ich kann hier einfach durch. Nein, noch ist das ja auch nicht fertig. Hier ist ein fertiges. Ja, aber da kommt noch eins von der anderen Seite. Oder siehst du das nicht? Ich stehe gerade im Baum. Also in der Palisade. Ja, aber da kommt noch eins von der anderen Seite. Vielleicht geht es dann. Hoff'n wir es. Ich habe hier noch einen Schädel. Und dann nehme ich mal noch ein paar Beine mit. Für drinnen. Noch ein Ärmchen. Gib mir deinen Arm jetzt. Das war laut. Das war laut. Ja, die Viecher. Ab nach drinnen wieder. Ich bin in der Höhle. Ich kann es dir nicht treffen. Nee, bei mir. Ich bin fast selber auf dem Kopf ja rein. Da hat gerade was in der Höhle geschrien. Das hat es doch vorher noch nicht gemacht. Du hörst doch das von draußen. Du wirst es ja nicht. Kann sein, dass die auf der Höhle stand. Möglich. Ja, nicht das erste Mal heute. Ich würde gerne das hier bilden. Ah, man kann es tatsächlich kaputt machen. Man muss bloß ein bisschen öfter der Jähchen bummern. Was ist jetzt kaputt gemacht? Den Typ, der die Kamera gehalten hat. Er macht Fotos. War von ich, oder wie? Nö, nö. Keine Schnappschüsse. Keine Schnappschüsse. 3,50 Euro pro Schnappschuss. Gib mir dein Geld. Oh, hat er ja schon. Ne, er war auch nicht gerade der reichste Tourist. Schade. Unten ist übel helle. Ah, das ist mein Lagerfeuer. Dunkel war es. Da war mir umentschein helle. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass das Lagerfeuer immer wieder derselben Intensität brennt. Weil jedes Mal, wenn ich rausgehe aus der Höhle, dass er irgendwie resettet oder so. Jetzt haben wir hier unten auch erstmal noch eine kleine Lampe. Die machen halt echt nur ein bisschen Licht. Das war die Falle. Aber hier unten haben wir schon eine kleine... Ich hätte gerne auch so eine kleine Schädellampe, die man noch hinlegen kann. Zum hinlegen? Ja, einfach nur so einen Schädel. Haben die doch auch, die Eingeborenen. Haben die. Ja, der liegt hier zumindest in der Höhle drin. Na, ein bisschen heller ist es jetzt wenigstens. Oh, was habe ich gerade in der Hand? Ein Stein. Ne, ah, ein Schädel. Du sollst den Schädel ja nicht irgendwie... Ich hänge mal noch ein paar Beine unten an das Reck. Ich habe überlegt, ob wir nicht vielleicht sogar noch ein zweites bauen sollten. Wenn ein Nahrungsmittelvorrat wird angelegt. Ah, hier noch die Wand. Ja, ich plane hier unten noch meine Skull-Lamb. Kurz vorm Wasser. Jetzt fängt das an zu regnen oder was? Oh, ich habe die Falle wieder ausgelöst. Huch. Hier unten beginnt das Wasser. Kurz hoch, ja. Äh. Es regnet, glaube ich, sogar in der Höhle. Nicht dein Ernst. Ja. Doch einen Schädel habe ich nicht. Achso, halt. Ich wollte ja noch gucken. Blitsch, blitsch, blitsch. Man könnte sich ruhig mal ein paar Schuhe oder sowas herstellen, aber auf sowas kommt er wieder nicht, der Clever Dude, ey. Man kann Fälle herstellen. Wir haben doch Schuhe. Und doch Schuhe an. Schuhe an. Klar. Ich gehe nach unten. Na ja, gleich. Ich muss hier gerade blättern. Ah, hier. Noch ein Dreiengeräck, noch ein zweites. Ach ja, 18 Sticks. Na tatsächlich. Noch macht das dann so blitsch, platsch. Das klingt ja, als ob der barfuß laufen würde. Der trampelt halt gern. Ja, das sehe ich auch. Toll. Jetzt hat es regnet, ist Lauerfeuer aus, ja. Ja, aber schlecht. Draußen was essen. So, der altbekannte Weg. Zack, nach draußen. Ja, es ist schon cooler. So ohne mit diesem... Da haben sie ganz kurz Zeit zum Nachladen. Aber Regen ist jetzt hier in der komischen Schildkröten-Schlüssel trotzdem nicht. Reicht nicht? Nichts. Nicht erreicht. Warte mal, ich gucke auch mal. Vielleicht ist es wieder irgendwie... Bei du in der Höhle warst nicht passiert bei dir. Hm. Nö. Zu wenig Regen. Nehm dir das Behn in die Hand. Der soll das Behn mal hier ins Inventar stecken. Warum hat er jetzt das Behn in der Hand? Ich bin ein Fleischer-Meister. Ich würde sagen, du kämpfst gern mit Beinen. Leiche loswerden. 44 Baumstämme brauchen wir immer noch. Wir müssen den halben Wald abholzen, bloß um so ein scheiß kleines Lager zu bauen. Hoffentlich hört ihr gerne auch an der NSL zu. Es ist hier die ganze Zeit bloß um Leiche loswerden. Leiche loswerden, Leiche loswerden. Was ist denn da? Das ist ein Scheiß-Track dagegen. Ja, der Wald ist ziemlich... Baumhungrig. Habe ich dich gehört. Komm her, du. Oh. Schlag, ja, nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Du verpetzt uns nicht. Blutjunge Mädchen? Na ja, der wollte uns verpetzen. Dabei wollte ich den bloß ein bisschen ausrauben. Deine Beine und so brauche ich vor allem. Liegt auch noch ein random Baumstamm. Ich glaube, wir roten ja einfach ringsherum alles, Karl. Huch. Huch, da schmeckt ja die Mikrofon. Aber das war eigentlich ein gutes Startsignal, um die Folge zu beenden. Hat er recht, ja. Es ist wieder so weit. Ja. Ja. Der Lagerbau zieht sich dann doch ein bisschen. Ja, lässt sich halt nicht ändern. Ah, da oben ist wieder einer. Ich meine, wenn das hier die letzte Hülle ist und wir hier nicht nochmal weg müssen, dann kann man sich auch... Bevor der Dude kommt, wir beenden mal ganz schnell die Folge. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao.